Hallo, ich bin Anissa. Heute geht es um unsere Video um Béchamelsoße. Wir erklären euch gleich, wie die Soße gemacht werden. Béchamelsoße ist in vielen Gedichten drin. Wie zum Beispiel Lasagne, Spaghetti mit Jambionsoße und Kartoffeln auf Läuft mit Brokkoli. Guten Appetit! Hallo, heute machen wir ein bisschen Béchamelsoße. Wir haben ein Stück Brut. Brut? Müsst du kommen? Jetzt muss die Butter erstmal schmelzen. Wir haben noch vier Glöße Löffelmehl. Jetzt müssen wir es vorrühren. Kleiner Schlüssel Salz. Und noch die Ferne. Und zuletzt noch? Und zuletzt noch, wir machen Muskatbruch. Jetzt müssen wir die Soße rühren, bis sie kocht. Und dann ist sie fertig. Und dann ist sie fertig. Osthorn Salz.